Oh, hallo! Ja, es ist uns tatsächlich gelungen. Ja, hier ist es, meine Damen und Herren, wir haben es wahrhaftig geschafft, hier in der Magic Factory ein bisschen des Wassers des Spiridon zu extrahieren. Dieses Wasser ist besonders für seine sehr imprägnierenden Eigenschaften bekannt. Ja, wenn man dieses Wasser nämlich in die Hand gießt, dann braucht man nur tatsächlich ein paar Sekunden warten. Und innerhalb dieser paar Sekunden verschwindet das Wasser scheinbar spurlos. Aber eine Sache an dem Wasser ist ganz besonders, denn das Gefäß, in das man das Wasser zuvor eingeschüttet hat, ist niemals leer. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Wasser des Spiridon.